Hallo und herzlich willkommen im Sleepy Shop. Was kann ich denn für dich tun? Möchtest du eher ganz klassische Sandalen mit mehreren Riemen, Zehentrenner, Flipflops, Ballerinas? Hast du da irgendwelche Vorlieben? Zehentrenner. Wir haben gerade ein neues Modell reinbekommen, was ein bisschen spezielles Konzept ist, würde ich sagen. Gerade wenn du jemand bist, der Flexibilität gerne hat, wäre das genau das Richtige für dich. Darf ich dir die mal zeigen? Da freue ich mich sehr. Ich gehe kurz ins Lager und hole alles, was ich brauche. Und wenn du magst, kannst du dir es hier drüben auf dem Sofa schon mal ganz bequem machen, dich zurücklehnen. Das Kissen polstere ich dir nochmal auf, sodass du dich auch wirklich wohl und geborgen fühlst. Und ich bin in zwei Minuten wieder bei dir. Ist das in Ordnung? Dann bis gleich. Hast du es dir bequem gemacht? Sehr schön. Dann würde ich dir jetzt das erste Paar zeigen. Und das ist von der Marke Hey Marley, die du vielleicht kennst. Und das ist deren Basic Sandale. Was das bedeutet. Wirst du gleich sehen. Ich zeig dir mal, wie die Sandale aussieht. Zu jeder Sandale gibt es so ein Travel Wolken dazu. Einfach als kleines Extra. Finde ich mal sehr schön. Wenn da mitgedacht wird. Denn generell ist das Thema Reisen bei Hey Marley ein großes, was wiederum auch auf das Konzept schließen lässt. Aber eins nach dem anderen. Hier haben wir eine klassische Zehntrenner-Sandale mit leicht griffelter Sohle, dass du einfach einen guten Stand hast. Und einen kleinen Absatz von 9 cm, würde ich sagen. Sodass dein Bein wundervoll gestreckt ist. Aber du trotzdem noch allen Komfort hast, bequem zu laufen. Der Schuh ist brandneu, wie du sehen kannst. Deswegen haben wir hier auch noch Füllmaterial. Wenn ich das entferne, siehst du den wunderschönen Schuh mit dem Zehntrenner. So sieht das quasi aus. Ich finde, so ein Zehntrenner macht immer einen ganz eleganten Fuß. Gefällt mir sehr gut. Und für die extra Haltbarkeit noch für die Ferse. Ein extra Riemen. Und was ich ganz toll finde, ist, dass der Schuh hier ein Pad hat, was sich ganz weich und sanft und flauschig anführt. Wenn du dich in den Schuh bewegst und nach einer Zeit wirst du merken, dass sich der Schuh an deinen Fuß anpasst. Und stellen, indem du mehr Druck auf den Schuh gibst, würde es vielleicht ein bisschen runtergehen. Aber das macht den Schuh extra bequem. Das passende Tag dazu haben wir natürlich auch noch dran. Aber wie du vielleicht siehst, sieht der Schuh so noch etwas schlicht aus, würde ich sagen. Und jetzt kommen wir zu dem langersehenden Konzept, was ich dir versprochen habe. Denn du kannst hier, wo du die Druckknöpfe siehst, aus verschiedenen Toppern wählen. Und wie so ein Topper aussieht, zeige ich dir jetzt. Hier haben wir die Box eines Toppers. So kannst du sie kaufen. Und wenn du die Box öffnest, siehst du hier das kleine Zuhause. Ganz gemütlich hat es sich gemacht. Dieser Zebra Topper. Kannst du einfach rausnehmen. Und an dem Schuh befestigen. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Und schon hat die ganze Sandale einen komplett neuen Look. Wenn du den Schuh angezogen dir anschaust, sieht er so aus. Ich persönlich mag die breiten Topper immer lieber. Weil sie so, finde ich, dem Fuß nochmal eine gewisse Eleganz geben und ihn ein bisschen schmaler wirken lassen. Wir haben aber auch flache Topper, die ein bisschen mehr Fuß zeigen. Und so macht es diesen Schuh ganz flexibel. Wenn du zum Beispiel verreisen möchtest, kannst du dir einfach eine Variation an Topper mitnehmen. Manche vielleicht bunt, schwarz, weiß, grün, blau, breit, schmal. Wir haben eine ganz, ganz große Auswahl an Toppern. Und natürlich auch an Sandalmodellen, sodass du ein Basic-Schuh mitnehmen kannst in den Urlaub und ganz viele unterschiedliche Variationen oben tragen kannst. Ich kann dir das wirklich nur empfehlen, gerade wenn du mit leichtem Gepäck reißt, ist das hier dein Lifesaver. Alle Schuhe sind ganz hochwertig verarbeitet, sodass sie wirklich ganz lange halten. Wie findest du denn das Konzept? Soll ich dir nochmal einen anderen Topper zeigen? Ist Animal Print aber generell so dein Ding? Ja? Perfekt. Dann gib mir mal eine Sekunde. Dann entferne ich diesen Topper hier wieder und zeig dir unser neuestes Modell. So. Jedes Set kommt natürlich mit zwei Toppern für die zwei Schuhe. Aber das legen wir mal wieder ganz schön eingepackt in das Bettchen. Vielleicht entscheidest du dich ja noch dafür. Deswegen packe ich es mal extra schön ein für dich. So. So. Dann haben wir hier Topper Nummer 1 und Topper Nummer 2 wäre diese Variante hier. Natürlich auch im wunderschönen Kleinkarton. Und wenn wir den lüften, haben wir ein schlichteres Modell, aber trotzdem Animal Printing. Das wäre unser neuer Snake Topper. Den ziehe ich dir natürlich auch mal an. Wir nehmen wieder unseren Basisschuh und machen einfach Klick, Klick und Klick. Das geht ganz einfach. Mit einer Hand sind die Topper gewechselt und schon hast du einen ganz anderen Schuh, der ganz anders wirkt. Du kannst sie elegant machen, du kannst sie rockig machen, du kannst sie blumig machen. Da sind wirklich deiner Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt. Du kannst auch unterschiedliche Topper links und rechts anziehen. Wie gesagt, schwarz-weiß mit Bändeln, mit Strasssteinen, mit Nieten. Da kannst du, falls der Schuh etwas für dich ist, einfach mal hier hinten am Regal gucken. Da hast du eine Auswahl von über 30 Toppern. Da ist ganz sicher etwas Passendes für dich dabei. Wie findest du denn das Konzept im Allgemeinen? Ich find's auch total praktisch. Ich hab die selber zu Hause. Natürlich geh einfach später hier hinten an das Regal, such dir was aus, lass dir Zeit. Ich bin noch eine ganze Weile da. Hast du denn nur die Sandalen gebraucht oder hättest du noch gerne was anderes? Die klassischen Allstars. In schwarz-weiß, rot-gelb-grün-bunt. In rot, das weißt du schon. Darf ich ihn dir trotzdem kurz zeigen. Alles klar. Dann weißt du wieder, wo du auf mich warten kannst. Auf unserem schönen Sofa. Und ich bin in einer Sekunde wieder da. Schau mal, was ich hier für dich habe. Wie du erkennen kannst. Ist das ein Converse-Schuh? Und ich hoffe, dass das der Schuh ist, den du meintest. Ich zeig ihn dir mal. Auch natürlich wieder zwei Schuhe, schön eingepackt, brandneu. Und so sieht das gute Stück aus. In dem roten Farbton, den du wolltest. High Top. Mit dem klassischen Converse-Label an der Seite. In Canis-Optik. Und natürlich der typischen Converse-Kappe. So wie die typischen Converse-Sohle. Und hier auch nochmal das Logo und die Marke. Ein klassischer Schuh, aber ganz zeitlos. Und den kannst du wirklich überall hintragen. Und mittlerweile egal, ob auf Arbeit, wenn du rausgehst, im Konzert. Wirklich ein All-Time-Favorite auch von mir. Die Schnürsenkel sind in weiß gehalten. Klassisch. Aber auch da haben wir diesmal hier hinten im Regal ganz viele unterschiedliche Farben, Muster, Breiten, Längen. Also falls du da nochmal schauen magst, vielleicht dir ein bisschen individuellere Schnürsenkel holen magst. Da drüben findest du auch alles, was du brauchst. Und solltest du etwas nicht finden, kommst du einfach wieder zu mir. Und dann helfe ich dir. Ist dieses Modell der Schuh, den du wolltest? Den nimmst du gleich mit. Wunderbar. Dann packe ich dir den Schuhnettel wieder ein. Und dass den auch kein anderer dir wegschnappt. Den Schuh würde ich gleich vorne meiner Kollegin an die Kasse legen. Dann kannst du den sofort mitnehmen, wenn du fertig bist. Und wenn du dich wegen der Sandale entschieden hast oder den Top an, kommst du einfach nochmal vorbei. Entweder bei mir oder du gehst gleich zu meiner Kollegin an die Kasse. Kann ich dir sonst noch mit irgendwas helfen? Du bist erstmal versorgt. Das freut mich sehr. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Du hast gefunden, was du brauchst. Und dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Top-Auswahl. Und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Danke schön. Bis dann. Tschüss. Tue ich das nochmal zu meiner Kollegin.